Hohoho, lange dauert es nicht mehr bis Weihnachten. Und ich möchte euch jetzt hier kurz erklären, was ich euch eigenes so tolles bieten werde, bis diese Weihnachten. 24 Tage, das ist jetzt nur noch bis Weihnachten. Ihr seht, die Zeit vergeht schnell. Lange dauert es sich heute, dann ist es endlich wieder Weihnachten. Und wir fiebern jeden Tag mit, indem wir live, auf jeden Tag abends um 18 Uhr den Nintendo X-Mess Adventskalender öffnen. Und bei den ganzen Gewinnspielen, die es geben wird, mitmachen werden. Wir werden dazu noch ein bisschen über das Reden. Und wir werden Livestreamen, ihr habt es richtig gehört. Es wird an jeden Adventstag um 19 Uhr, Pardon, nicht 18 Uhr, sondern 19 Uhr wird es jeden Tag bis 24.19 Uhr ein Livestream geben. Wo wir eben zuerst das jeweilige Tür sind, in dem Adventskalender öffnen werden und anschließend live Games hocken werden, die auch etwas mit Weihnachten zu tun haben. Überraschungsgames, meistens, die haben etwas mit Weihnachten zu tun. Jeden Tag mehr anderes. Das ist mein Weihnachtsblutkampf, für die ich es sah. Am 24. kommt noch ein besonderes Weihnachtsbessel. Und am 1. und 2. und 12. also direkt zum Morgen und übermorgen eben, bin ich sie auch bei der X-Mess-Mall-Tour in Münzen. Wo wir uns antreffen, können wir noch dazu jetzt noch was geben. Ihr seht schon, was Weihnachten betrifft, gibt es hier einiges. Gewinnspiele ist jetzt schon eins am Laufen. Und wir jetzt auch noch eins zu ergeben vor Weihnachten. Also ihr seht schon, einiges gibt es hier. Den Tag wird ein Türschen vom Online-Nintendo-Kalender geöffnet. Und wir streamen dann noch ein bisschen an. Geht um 19. Uhr jeden Tag bis zum 24. Und nach 24. wird es das dann natürlich ein bisschen leicht in Form geben, sondern, oder vielleicht doch in der Früh, weiß noch nicht, aber auf jeden Fall bis zum 23. 19. Uhr abends immer Adventist-Kalender aufhören. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Morgen ist die Direktion los am 1. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, oder morgen, der Beste sagt es, am 1. Dezember um 19. Uhr. Und ciao! Ciao! Ciao!